ja hallo leute ich bin es wieder euer charlie wir sind heute hier an der ostsee wieder am ein bisschen mit dem boot raus was wir für fische fangen weiß ich noch nicht aber wir werden fangen das verspreche ich euch ja ich hoffe ich kann den ein oder anderen drill auch zeigen ist ein bisschen schwierig weil ich auch selber angeln möchte ja dann wünsche ich viel vergnügen mit diesem film und sage petri heim das ist der panda oder dahinten der bohle das ist der axel da geht es mal los da ist das axel in deutsch Ja, der ist von uns erst der Dorsch. Wie ist es, Rote? Ja, da kommt er. Ja, doch, der geht auf. Ja, PDI! Danke. Was ist denn los? Super Dach! 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 Ja, wir haben hier noch ein paar liegen und der Eimer ist auch voll. Mach mal eben auf den Reifen. Das ist Meilen, die Angler. Dach! So schnell kann sich das Vitter in der Ostsee ändern. Und dann ist es ein bisschen kappeliger geworden und Wind ist aufgekoppelt. Dach! Echt geile Angelei heute. Also wir scheißen uns auf Deutsch, scheißen uns ein heute mit Fisch. Und das ist auch mal so ein Wettbewerb. Und das sollte man auskosten. 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 Ja! Ja, super! Boah! Boah! Bootweber voller hier! Hehehe! Verdammt! Ja Leute, das war's jetzt mit der Angelei hier auf der Ostsee. Wir haben super gut gefangen. Wie viel wir haben, wissen wir nicht. Aber es sind wirklich viele, viele Deutsche. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. Wünsche noch Petri Heil für die, die es auch mal versuchen wollen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!